Bacony TV Tag zusammen und herzlich willkommen zu Bacony TV. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn es im Hintergrund mal laut tutet und so, ist der Haftengeburtstag. Die Schiffe haben wir leider nicht zum stillschweigen gebracht. Pain Me und Picasso sind heute hier. Hallo. Hi. Schön, dass ihr da seid. Ja, danke für die Einladung. Danke. Gerne. Hör mal, ihr habt eure erste EP in Miami aufgenommen mit einem Profiproduzenten. Ja. Und jetzt nehmt ihr euer Debütalbum hier in Eigenregie auf. Ne, das haben wir schon aufgenommen. Aber das ist ja normalerweise umgekehrt. Also erst Eigenregie und dann wird man entdeckt und dann kommt der Profi dazu. Ja, wir haben viel gelernt. Wir haben viel gelernt. Wir haben uns das dann, haben uns viele Sachen selbst aneignen müssen. Und dann hier über ein Jahr selber produziert, natürlich vorher geschrieben, vor Produktion, alles gemacht. Und das haben wir jetzt im Februar veröffentlicht. Ja, und damit geht es jetzt auf Tour. Und auch zu euch. Ja, klar, ihr spielt auch ein Lied davon. Trotzdem nochmal, warum denn jetzt an den Eigenregie? Ich meine, was ist denn da der Vorteil für dich? Ich glaube, wir haben einfach verstanden, dass viele Leute uns nicht verstehen. Und dass wir in unserem kleinen Kokon leben, in der wir unsere Musik machen wollen. Und viele Leute versuchen uns halt irgendwie einzukategorisieren. Irgendwie seid Pop, ihr seid Rock, ihr seid Alternative. Und wir wollen das nicht. Wir sagen einfach, wir machen das, worauf wir Bock haben. Und wir selber müssen uns nicht irgendwie einschachteln. Okay. True story. Ja, sehr gut. Schön. Welchen Song spielt ihr denn vor uns? The Mirror. Das ist der letzte Track auf dem Album und haben wir für euch heute arrangiert. Super. Vielen Dank, Riklos. Viel Spaß. Gerne. Das ist der letzte Track auf dem Album und haben wir für euch gehört. Also, ihr Lieblings. Goddag. Das ist der letzte Track auf dem Album und haben wir geintraut. Geht hier. You don't know where you belong Can recognize your own reflection Get up, stand up, crash it and put The pieces of your shattered parts back together Get up, stand up, no Crash it and put the pieces of your shattered parts back together You move and talk, there's just no response Your true one, naked, left you with nothing No space, nor time, you're all alone Among it all, everyone's gone There's no holding on this time God, stay alive The mirror reflects you wrong Your blood pump's in the wrong direction You don't know where you belong Can recognize your own reflection Get up, stand up, no Crash it and put, no The pieces of your shattered parts back together Get up, stand up, no Crash it and put, no The pieces of your... The mirror reflects you wrong Your blood pump's in the wrong direction You don't know where you belong You don't know where you belong Can recognize your own reflection Get up, stand up, crash it and put The pieces of your shattered parts back together Get up, stand up, crash it and put The pieces of your shattered parts back together Oh, 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 oh No, oh, no No, oh, 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 no Nooo, 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 nooo. Ich wollte schon sagen, Mist, ich muss alleine klatschen, aber das ist jemand. Denn wir haben Publikum. Schöner Song! Sehr gut. Der letzte von eurem Debütalbum. Genau, das haben wir dir direkt mal mitgebracht. Sehr gut. Ihr müsst es auch aufklappen, es ist eine CD, das kennt man in Zeiten des Streamings. Aber es ist eine CD und... Mit hier so richtig was zum Umblättern. Genau, sie ist wunderschön, ganz viel Liebe und Engagement steckt da drin. Und dein Pleck ist passend zur CD. Natürlich, immer farblich abgestimmt. Perfekt. Ja, sehr schön. Es gehört dir. Vielen Dank. Und wenn das jetzt, das ist ja gar nicht so lange her, dass das rauskam, Februar. Genau. Wie läuft es so? Sind wir irgendwie ordentlich am Start damit? Ja, also wir haben ein paar Gigs jetzt bestätigt bekommen. Ich würde uns sehr freuen, Dachbrand, CSD Berlin und so. Das tut alles ganz gut. Wir sind auch schon ein bisschen direkt getourt in Berlin. Und waren wir eben noch ein paar Mal sogar. Und so geht es Deutschland weit weiter. Ja, wunderbar. Dann euch viel Spaß noch. Dankeschön. Lars ist da gerade am Mikrozugang. Vielen Dank, dass ihr da wart. Tschüss, bis zum nächsten Mal zu einer neuen Folge von BAKINI TV. Bis dahin. Tschüss. Ciao.